Und ich begrüße euch, guten Tag! Ja Leute, was geht? Hier ist wieder der Tobi. Und natürlich der Henrik. Und heute gibt es, ganz ehrlich man, ne neue Folge von... Einer beständigen TH Handers Folge, weil es irgendwie nach ein paar Tagen immer noch beständig ist. Warum ist es immer beständig? Warum sind wir jetzt auf einmal nur beständig? Wir sind TH Handers, wir sind die TH Handers, Junge. TH Handers, die Deutsche, TH Handers. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ja, ganz ehrlich. Aber ganz ehrlich, ne, wirklich richtig ehrlich. Ohne Flax, wirklich, ganz ehrlich, ohne Mist ganz ernst. Ganz ehrlich, ja, ganz... Ja, wie ihr merkt, wir sind schon wieder in Scheiße-Laber-Stimmung und deswegen, ohne zu schnacken, Domination raushorniert. So! So! Ach, und mittendrin! Herrlich! Radiation! Oder Radiation! Super! Mal gucken, wenn das jetzt, äh, zu kurz wird, dann... Machen wir noch eine. Genau. Hauen wir noch einen Match dran. So, ich... Trink mal eben kurz was. Nicht, dass uns hier noch irgendwann die Stimme abhanden kommt. So! Naja, okay, 106, Hälfte rum. Naja, doch, das reicht schon. Dann hab ich mal ein bisschen erleichtertes Rendern. Gönn's mir auch mal. Oh! Gleich von der Granate. Wunderschön. Oh! Das ist ein Teammate. Ich stand auf dem Teammate. Nein! Teammate hinter mir, du bist so eine Missgeburt, ne? Da klemmt er mich dort ein. Ähm, ja, kann ich halt nicht ausweichen, ne? Passt. Nicht. Den hab ich geklaut. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Guckt euch das an. Ne, 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 ne. Da lief einer. Den kann ich jetzt nicht töten. Dir nehm ich die Vorräte weg. Oh, hinter, hinter dir, hinter dir. Ja, ich weiß. Ich wollt dem vor mir die Vorräte wegnehmen. Naja, mach den. Da ist einer. Boah! Ich hab ihn nach ganz vielen verfehlten Schüssen, weil ich hier so schlecht bin. Boah! Ich krieg gar nichts hin. Überhaupt nichts. Bin grad so schlecht, ne? Hab dich jetzt fast gerecht? Ja, hab ich. Nicht. Wir kommen gerade absolut gar nichts auf die Reihe. Ja, guck dir das an. Quickshot X, X! Junge! Guck dir das an. So. Irgendwo sind die. Alter, ich lauf los und dann krieg ich sofort sonst wie viele da nach. Zeigt euch. Wo sind die? Ja. Und jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal kommen sie. Guck dir. Guck dir das an. Guck dir. Haha! Mit Mosi laufen. Wartet halt nur. Wartet halt nur. Boah. Alter. Alter. Ich bin geblendet. Und gestunnt. Nein. Alter, wie ich aufs Maul kriege. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich krieg's so aufs Maul. Was ist das? Was geht denn hier gerade, ey? Gott, voll Angst. Feindliches Spiel. Ich hab praktisch für die Gegner rennt von mir weg. Ich hab das Gefühl, ich bin richtig schlecht. Aber richtig schlecht. Richtig am abpacken. Ohne Witz. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich? Gar nichts klappt. Absolut gar nichts. Wir verlieren B. Oh Gott. Zu B lauf ich jetzt. Das geht nicht. B muss man halten. B. Da ist alles safe. Von A könnten die auch jetzt. Da war doch einer. Zeig dich. Boah. Und dann kommt er von unten, ey. Jetzt kannst du verstehen, warum ich nicht mehr zock. Weil es einen nur aufrecht irgendwie. Ja, aber okay. Wenn du jetzt MW3 spielen würdest, dann wärs noch ein bisschen extremer. Ja. Hallo Gegner. So. Nein! Wie schnell kann er denn da wieder spawnen? Ja. Nice. Dem auch nicht. Toll, Alter. Lass den hier. Heil dir Plankton. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wie soll das denn bitte gehen? Der leckt da vor sich hin. In aller Muttersälenruhe. Der immer mit sein. Ey. Könnt ihr mal schauen, wie oft ich jetzt schon von der Granate umgebracht worden bin. Schon tausendmal locker. Du hast aber erst... 10 Tote. Erst 10? Er ist getroffen! Ach man. Wir verlieren Bravo. Wie bitte ist der nicht gescheit? Kann es sein, dass die alle Marathon Pro haben? Die rennen übel. Ja, ja. So. Halt dein Maul hier. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Und da könnte jetzt einer kommen. Komm runter. Ah, der ist schon gestorben. Okay. Aber ich kann jetzt nicht hier hoch, oder? Kann ich das machen? Na, komm. Granate hin. Boah, die ist sogar durchge... Die jetzt getroffen. Hätte ich gefeiert. Ausrüstung zerstört. Warte, geht her. Geht nicht. Was heißt da drüben drin ist einer, oder? Ne, da ist einer. Alter. Ohne Witz. Was geht denn in der Lobby hier? Was haben denn die Gegner für Scores? Die sind doch alle bis auf den ersten voll schlecht. Ohne Schuhe. Die sind wahrscheinlich alle wieder raus. Unser Spionageflugzeug ist in der Luft. Alter. Keine Chance. Keine Chance. Guck dir das doch mal an. Die rennen alle mit AKU rum. In jeder Lobby, in die du kommst. Alle AKU. Alle. Ja, das war Abkack. Aber richtig. So, wir werden uns ja erstmal ein paar Tage holen. Dann nehmen wir vielleicht mal wieder Aura. Guck dir das doch mal an. Ich war gerade... Da nichts hinbekommen. Die Gegner, du hast auf die Gegner geschossen. Die konnten sich in aller Muttersilien in Ruhe. Konnen die sich positionieren und sprayen und... 14, 13, oh du Scheiße. 15. 15? Ja, 15, ja. Ja, gut. Raus aus der Lobby. Es sind alles halt... Warte, bevor wir rausgehen. Das sind jetzt übrigens nur die bei mir. Das sind jetzt nur die bei mir. Äh... Die bei dir was? Die bei mir zusehen. Die sehen das jetzt. Was ich jetzt hier gerade mach. Achso. Äh... So. Gut. So und den... So. So. In dem Sinne... Soll es das gewesen sein. Trotzdem sind sieben Minuten zusammengekommen. Denke ich mal. Reicht. Abkack war es trotzdem. So. In dem Sinne soll es das von mir gewesen sein. Henrik. Schlusswort. Auf Wiedersehen. Ja. Abkack wie nichts. Aber gut. Das nächste Mal machen wir es hoffentlich besser. Und... Ja. Vielleicht kommt auch das nächste Mal wieder eine Zombie-Karte. Müssen wir noch schauen welche wir nehmen. Und... Ja. Dann sag ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Absolut. нед 스크� Kant. Genau. Habit. Fitness. Auf Wiedersehen. Oder nuls. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mapclock. Hin zu gehen. Abkまで sie wegen sich mit einem Hierabe, spoons. Da. Hierabile es wieder, Untertitelung des ZDF, 2020